Hallo ihr Lieben, wir haben wieder zahlreiche Kleiderspenden erreicht. Schaut mal, der Kofferraum ist wieder voll mit Winterkleidung. Und auch der Rücksitz ist voll, das zeige ich euch auch. Hier habe ich zwei große Pakete per DAL erhalten von einem ganz lieben User. Und hier auch noch Klamotten, die mein Nachbar beigesteuert hat. Es sind ganz viele Decken, Schuhe, Winterkleidung und alles dabei. Wie gesagt, bei Wind und Wetter, es ist kalt, es ist regnerisch und dunkel, aber wir fahren damit trotzdem ins Bahnhofsviertel, weil die Leute auf unsere Hilfe angewiesen sind. Vielen Dank, dass ihr das macht für uns und dass ihr bei uns denkt. Und das finde ich ganz toll, was ihr macht. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Ja, Moment. 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 Ja, Moment.